Wenn man sich überlegt, das sind Fondsmanager, die bei zwei Unternehmen arbeiten, also nur zwei große Investmentfonds in Deutschland und unsere Szenarien sind relativ einfach. Also das sind relativ einfache Nachrichten, aber selbst da gibt es dann schon so große Unterschiede über die Leute hinweg. Das fanden wir schon sehr beachtlich. Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Caroline Jackermeyer. Kryptoblase, Techblase, Immobilienblase 2.0. Immer wieder wird vor den Platzen der nächsten Spekulationsblase an der Börse gewarnt. Blasen kommen zustande, wenn Aktien so stark nachgefragt werden, dass der Kurs den Unternehmenswert um ein Vielfaches übersteigt. Können Firmen den Erwartungen nicht standhalten und es gibt schlechte Nachrichten, zum Beispiel zum Jahresabschluss, kann es passieren, dass Anleger in Panik bekommen und die Aktie loswerden wollen. Andere werden angesteckt und die Abwärtsspirale geht los, die Blase platzt. Im schlimmsten Fall kommt es zum großflächigen Börsencrash, auf denen Wirtschafts- und Bankenkrisen folgen können. Aber wie entstehen eigentlich Erwartungen über zukünftige Kurse von Unternehmen? Wie entscheiden Anlegende, wann sie Wertpapiere kaufen und verkaufen? Das ergründe ich heute mit Johannes Wohlfahrt, Professor bei eContribute an der Uni Köln. Hallo Johannes, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Garelin, schön, dass ich da sein kann. Als Forscher, der sich verhaltensökonomisch unter anderem mit dem Aktienmarkt befasst, würde ich vermuten, dass du ein Aktiendepot hast. Ja, ich habe tatsächlich ein Aktiendepot. Das fasse ich allerdings sehr selten an. Das wäre die Folgefrage gewesen, wann du das letzte Mal denn so die Kurse gecheckt hast. Also ich orientiere mich da komplett an dem, was uns eben Standard-Finanztheorie sagen würde, nämlich, dass man einfach in das Marktportfolio investieren sollte, in passive ETFs und eben nicht viel aktiv handeln sollte. Du bist auf jeden Fall mit dem Aktiendepot nicht alleine. Die Deutschen legen wieder mehr an. Die Aktienquote liegt aktuell bei rund 18 Prozent der Deutschen, die am Aktienmarkt investieren. Das ist so viel wie seit gut 20 Jahren nicht mehr, als damals die Telekom-Blase geplatzt ist, bei der viele, viele Menschen Geld verloren haben, als diese Aktie in den Keller gesackt ist. Und die Stimmung am Aktienmarkt hierzulande erst mal nicht so gut war. Aber jetzt ist das Investieren am Aktienmarkt sozusagen wieder en vogue. Zum Einstieg würde mich interessieren, wie viel Einfluss das denn eigentlich hat? Also wie viele Privatanlegerinnen am Aktienmarkt überhaupt ausmachen und welche Typen von Anlegern es so gibt? Also wir sprechen in der Regel von Kleinanlegern. Das sind einfach Haushalte, also Leute wie du und ich, die einfach in Aktien oder Aktienfonds investieren, also einen Teil ihrer Ersparnisse eben in Aktien anlegen. Das ist in Deutschland, du hast gesagt, 18 Prozent. Also es fluktuiert auch ein bisschen. Es übersteigt selten 20 Prozent in Deutschland. Das ist relativ niedrig im internationalen Vergleich. Kleinanleger sind in der Regel nicht sehr aktiv. Allerdings gibt es auch vereinzelt Leute, die eben stark spekulieren am Aktienmarkt. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben institutionelle Anleger. Das sind Firmen, die die Ersparnisse anderer Leute anlegen. Also zum Beispiel Investmentfonds, Pensionsfonds, Hedgefonds, Banken, Finanzinstitute und so weiter. Die sind in der Regel deutlich aktiver und die sind auch für den Großteil des Handels, der auf Aktienmärkten stattfindet, verantwortlich. Und dementsprechend haben die Entscheidungen von diesen institutionellen Anlegern auch Auswirkungen auf Aktienpreise und Aktienkurse. Der Aktienhandel basiert ja auf dem System, dass Anleger unterschiedliche Erwartungen über die zukünftige Entwicklung von Aktien haben. Es gibt zahlreiche Studien dazu, wie Erwartungen diese Aktienkurse beeinflussen. Aber es ist immer noch eine Blackbox, wie denn diese zugrunde liegenden Erwartungen eigentlich entstehen. Und damit hast du dich in deiner Forschung in verschiedenen Studien befasst und ein mentales Modell des Aktienmarkts aufgestellt. Was genau kann ich mir denn eben vorstellen unter so einem Modell? Was war euer Ziel hinter deiner Studie? Also was wir verstehen unter mentalen Modellen des Aktienmarkts ist die Art und Weise, wie Individuen nachdenken über das Funktionieren des Aktienmarkts. Zum Beispiel könnte ich glauben, dass Aktienmärkte effizient sind, dass Informationen sofort eingepreist werden. Auf der anderen Seite könnte ich auch glauben, dass Aktienmärkte eben nicht effizient sind, dass sie überreagieren, dass sie übermäßig volatil sind. Und warum wollten wir diese mentalen Modelle verstehen? Weil diese mentalen Modelle wahrscheinlich eine große Rolle dafür spielen, wie Individuen Erwartungen bilden über zukünftige Renditen, die dann ihr Investitionsverhalten beeinflussen. Also so ein bisschen die Anleger so in verschiedene Typen zu klassifizieren und da so ein Muster zu finden. Genau. Und wie du schon gesagt hattest, wenn Menschen unterschiedliche mentale Modelle haben und dann unterschiedliche Erwartungen bilden, dann liefert das ein Motiv dafür, zu handeln. Ihr habt da ja ein großes Experiment angelegt mit über 11.000 Teilnehmenden, also Haushalte, Kleinanlegerin, Finanzberaterin, Fondsmanager, Expertin. Also die große Bandbreite von verschiedenen Typen von Anlegern aus Deutschland und den USA. Die sollten Aktienkurse einzelner Unternehmen für die kommenden zwölf Monate prognostizieren und zwar anhand von Nachrichten über Unternehmen. Und ein zentrales Beispiel in eurer Studie war Nike. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was es damit auf sich hat, wie der Aufbau eures Experiments so war. Ja, sehr gerne. Also unsere Studie basiert auf einem Gedankenexperiment, das wie folgt aussieht. Also stell dir vor, es gab vor vier Wochen positive Nachrichten für ein Unternehmen, also positive Nachrichten über die zukünftigen Gewinne von einem Unternehmen. Eines unserer Beispiele war, wie du gesagt hast, für Nike. Da war die Nachricht, dass Nike eine neue Supplier Relationship hat, welche es Nike ermöglicht, die Produktionskosten um 20 Prozent zu senken. Und was eben sehr wichtig ist, ist, die Nachrichten sind vier Wochen alt. Und die Frage ist, was glaube ich, wie wirken sich solche vier Wochen alten Nachrichten auf die Rendite aus, die ich erwarten kann, wenn ich heute vier Wochen nach diesen Nachrichten in die Nike-Aktie investiere. Die Antwort darauf hängt eben stark von meinem mentalen Modell des Aktienmarkts ab. Also wenn ich an effiziente Märkte glaube, dann glaube ich, dass Informationen sofort eingepreist werden. Denn Aktienkurse passen sich sofort an, es kommen positive Nachrichten raus über die zukünftigen Gewinne von Nike. Daraufhin geht der Aktienkurs nach oben. Und jetzt vier Wochen später ist es für mich jetzt nicht mehr möglich, eine hohe Rendite zu erzielen, indem ich in diese Aktie investiere. Wenn ich hingegen denke, dass Aktienmärkte überreagieren, dann könnte ich auch glauben, okay, über die letzten vier Wochen ist der Kurs der Nike-Aktie auf ein überbewertetes Level gestiegen. Und ich glaube, dass die Rendite, wenn ich jetzt vier Wochen später investiere, eben niedriger ist, als im Fall, wo es keine solchen Nachrichten gab. Also dieses Gedankenexperiment erlaubt uns zu differenzieren zwischen unterschiedlichen mentalen Modellen des Aktienmarkts. Und was konntet ihr beobachten? Also wie haben die verschiedenen Gruppen dann in diesem Experiment reagiert? Vielleicht fange ich mit den akademischen Experten an. Also wir hatten eine Umfrage auch von Wissenschaftlern, die immer an diesen Themen arbeiten. Und da ist es wirklich so, dass die große Mehrheit denkt, dass solche vier Wochen alten Nachrichten keinen Effekt haben auf die zu erwartende Rendite, wenn ich vier Wochen später investiere. Und die Vorhersagen von Kleinerlegern und Finanzberatern, die sahen ganz anders aus. Was wir da gesehen haben, ist, dass die große Mehrheit dieser Teilnehmer denken, dass auch vier Wochen später es immer noch möglich ist, eine höhere Rendite zu erzielen, wenn man in die Nike-Aktie investiert. Und wir befragen die Leute dann auch zu ihren Argumenten, warum denken sie so und arbeiten auch mit offenen Textantworten, wo die Leute dann in unserer Umfrage aufschreiben, was ihre Gedankengänge waren bei ihren Vorhersagen. Und da stellt sich dann eben heraus, dass die Leute die Kursanpassungen, die stattgefunden haben sollten, über die letzten vier Wochen vernachlässigen. Also die Leute scheinen nicht mit einzubeziehen, dass Nachrichten eingepreist werden. Ich fände das vielleicht noch als kurze Zwischenfrage total interessant, dass ihr bei so einer großen Anzahl an teilnehmenden offene Antworten ausgewertet habt. Aber ich stelle mir das als sehr großen Aufwand vor. Es gibt verschiedene Arten, solche Antworten zu analysieren. Und eine Möglichkeit ist einfach, dass man Large Language Models benutzt, also dass man einfach KI-Methoden benutzt. Und das macht es dann tatsächlich eigentlich relativ günstig. In unserem Fall war es allerdings so, dass diese offenen Textantworten oft sehr nuanciert waren und KI nicht so gut in der Lage war, die offenen Textantworten zu klassifizieren. Und dann haben wir mit Research Assistance gearbeitet, die wir instruiert haben und die dann per Hand gecodet haben. Und was stand da so drin? Also was haben die dann in den Antworten für Begründungen gefunden? Gab es da Muster? Also beispielsweise bei den akademischen Experten hat wirklich die Mehrheit der Leute Dinge gesagt, wie vier Wochen später sollten die Nachrichten bereits eingepreist sein. Also wirklich Argumente, die Markteffizienz implizieren. Wohingegen in unseren anderen Stichproben, also insbesondere bei den Kleinanlegern und den Finanzberatern, die Leute oft über Unternehmensprofite und Dividenden argumentiert haben. Also die haben wirklich gesagt zum Beispiel, Nike macht größere Gewinne, dadurch wird auch die Aktie mehr abwerfen. Das stimmt natürlich, aber gleichzeitig ist die Aktie auch teurer. Und das ist eben das, was vernachlässigt wurde von den Teilnehmenden. Was ich da auch total spannend fand, war, dass ja teilweise auch die Fondsmanager so argumentiert haben, wo man ja eigentlich denken würde, dass sie ja vielleicht eher die Meinung der Experten teilen. Wieso oder was denkst du, wieso dann sogar Fondsmanager diesem Bias irgendwo unterliegen? Also in unseren Fondsmanager-Samples sehen wir ein sehr differenziertes Bild. Verschiedene mentale Modelle stellen sich da heraus in diesen Antworten. Zum einen haben wir einen Anteil, also einen relativ großen Anteil unter den Fondsmanager, die keinen Effekt auf die zukünftigen Renditen erwartet. Und dann haben wir andere, die eben über sowas reden wie Misspricing, also dass es eine Überreaktion gibt oder dass Aktienkurse sich nur langsam über die Zeit anpassen. Aber wie du gesagt hast, wir haben eben auch diesen Anteil bei den Fondsmanagern, der eben diese Kursänderungen zu vernachlässigen scheint. Was uns vor allem ins Auge gesprungen ist bei diesen Fondsmanagern, ist, dass es eben so viele Unterschiede gibt. Wenn man sich überlegt, das sind Fondsmanager, die bei zwei Unternehmen arbeiten, also nur zwei große Investmentfonds in Deutschland. Und unsere Szenarien sind relativ einfach. Also das sind relativ einfache Nachrichten. Aber selbst da gibt es dann schon so große Unterschiede über die Leute hinweg. Das fanden wir schon sehr beachtlich. Du hast jetzt gerade Szenarien in der Mehrzahl gesagt. Also ihr habt eben auch mit verschiedenen News, sei es jetzt zu Erfindungen, Patenten, Expansionen und auch zu verschiedenen realen Firmen, Fragen gestellt oder ja verschiedene Settings durchexperimentiert. Das waren aber im ersten Schritt alles hypothetische Nachrichten. Gab es denn da nennenswerte Unterschiede, je nach Beispielen oder konntet ihr da überall dasselbe Muster beobachten? Wir haben grob überall dasselbe Muster beobachtet. Wir hatten positive, negative Nachrichten. Wir hatten verschiedene Unternehmen, wie der Event hat. Wir hatten auch Nachrichten nicht über individuelle Unternehmen, sondern über den ganzen Aktienmarkt. Beispielsweise es gibt einen unerwarteten Anstieg des Ölpreises, der sich dann natürlich auch negativ auf die Wirtschaft und die Gewinne der Unternehmen auswirkt. Und wir sahen da grob überall dieselben Patterns, dass eben ein großer Anteil der Finanzberater und Kleinanleger eben diese Vernachlässigung von Kursanpassungen aufgewiesen hat und gedacht hat, okay, vier Wochen später ist immer noch ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Das Experiment hat ja sowohl in Deutschland als auch in den USA stattgefunden. Wir haben ja zum Einstieg schon über das unterschiedliche Investmentverhalten gesprochen. Also sei es jetzt in Deutschland eher die Zurückhaltung, was das Investieren am Aktienmarkt angeht. Konntet ihr denn da im Experiment dann irgendwie Unterschiede zwischen den Ländern auch sehen? Also da haben wir tatsächlich keine sehr großen Unterschiede gesehen. Also wir sehen, dass sowohl bei amerikanischen als auch deutschen Privathaushalten diese Vernachlässigung von Kursanpassungen da ist und ähnliche Vorhersagen gemacht werden. Also wir haben keine großen Unterschiede über Länder hinweg gesehen. Was ihr auch noch gemacht habt, war von diesem künstlichen Szenario, also den erfundenen Nachrichten über die realen Firmen wegzugehen und auch echte News zu Siemens und in einem neuen Ausbau zur Windenergie zu verkünden. Und die Teilnehmenden sollten tatsächlich 100 Dollar investieren oder eben sparen und hatten auch den Anreiz, dass zumindest ein Teil dieser Gruppe Geld auch tatsächlich ausgezahlt bekommt nach Losverfahren. Was konntet ihr denn da beobachten, als es dann tatsächlich um das echte Investieren ging? Also da haben wir tatsächlich einfach sehr ähnliche Ergebnisse gefunden, wie in den hypothetischen Szenarien. Also da ging es um Siemens Energy, was ein Unternehmen ist, das jetzt stark in den Schlagzeilen war, auch in letzter Zeit in Deutschland. Zum Zeitpunkt, wo wir dieses Zusatzexperiment durchgeführt haben, gab es allerdings dann auch noch positive Nachrichten, die, ich glaube, zwei oder drei Monate zurücklagen, wo es um so einen neuen Deal für so einen Windpark ging. Gleichzeitig gab es natürlich auch eine Menge negativer Nachrichten und wir haben Leuten dann entweder positive oder negative Nachrichten über dieses eine Unternehmen gegeben. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass wenn die Leute die Möglichkeit haben, eine Ausstattung von 100 Pfund zu investieren, entweder in die Siemens Energy Aktie oder in eine sichere Anlage, die zwei Prozent Zinsen gibt, dann handeln die auch nach diesen Einschätzungen. Und das erhöht natürlich auch unsere Zuversicht, dass diese Ergebnisse, die wir in den hypothetischen Szenarien sehen, eben stichhaltig sind. Was wir jetzt so plastisch besprochen haben, kann man auch unter akademischeren Begriffen zusammenfassen beziehungsweise diese Dynamik so ein bisschen beschreiben. Nämlich das Prinzip eben von alten Datenrückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Das wird in Bezug auf den Aktienmarkt auch als Rendite-Extrapolation bezeichnet. Daraus folgt dann ein prozyklisches Investieren. Also das heißt im Prinzip, Menschen kaufen, wenn die Aktie in der Vergangenheit eben gut lief und es gute Nachrichten zum Unternehmen gab und verkaufen umgekehrt. Warum ist das denn gefährlich? Beziehungsweise was heißt es in der Praxis? Eine Rendite-Extrapolation ist, wie du gesagt hast, die Einschätzung, dass man denkt, man kann eine hohe Rendite erzielen, wenn über die jüngste Vergangenheit die Rendite hoch war. In der Praxis sieht es so aus, dass vergangene Renditen keinen Aufschluss bieten über die Rendite über das nächste Jahr. Das heißt, wenn ich jetzt systematisch diese Einschätzung habe, systematisch Renditen extrapoliere, dann werde ich oft Fehleinschätzungen machen und wenn ich dann basierend auf diesen Fehleinschätzungen handele, dann werde ich mittelfristig wahrscheinlich oft Geld verlieren. Ist das auch ein System, das quasi im Großen und Ganzen dann auch Börsencrashs im Endeffekt zur Folge haben kann? Also das ist eine sehr schwierige Frage. Dazu gibt es Forschung, die sich theoretische Modelle angeschaut hat und gefragt hat, okay, was passiert eigentlich, wenn wir einen Aktienmarkt haben, wo ein großer Anteil der Teilnehmenden Renditen extrapoliert und was diese theoretischen Arbeiten zeigen, ist, dass sowas die Volatilität auf Aktienmärkten erhöhen kann. Also man könnte schon sagen, dass das zu mehr Instabilität führen kann. Um jetzt nochmal auf den Anfang oder den Ursprung des Experiments zurückzukommen, nämlich den mentalen Modellen der Anleger, was ist denn das Ergebnis? Also in welche Gruppen konntet ihr die so unterteilen und welche mentalen Modelle von Anlegern gibt es denn? Also die akademischen Experten, ein Großteil von denen glaubt an Markteffizienz. Das ist das mentale Modell, das anscheinend sehr viele Akademiker in dem Kontext von unserer Umfrage genutzt haben. Unter den Fondsmanagern, wie wir auch gerade schon besprochen haben, es gibt ein sehr ausgeglichenes Bild. Es gibt eben Leute, die an Markteffizienz glauben. Es gibt Leute, die an Überreaktionen zum Beispiel vom Aktienmarkt glauben. Und es gibt wieder andere, die eben die Rolle von Kursanpassungen vernachlässigt, was ein naives oder wie wir es nennen, naives mentales Modell ist. Und das ist eben auch ein mentales Modell, das wir in diesen Samples von Privatanlegern und Kleinanlegern finden. Also das ist eigentlich das vorherrschende mentale Modell. Und andere mentale Modelle sind tatsächlich bei Kleinanlegern nicht wirklich vorhanden in unseren Daten. Vor dieser Studie hast du ja bereits schon mal eine ähnliche in diese Richtung gemacht. So Investmententscheidungen am Aktienmarkt mit Privatanlegerinnen und Anlegern bei einer deutschen Online-Bank, die zu verschiedenen Zeitpunkten für die vergangenen 50 Jahre schätzen sollten, wie sich der Kurs des DAX in dem Fall in den darauffolgenden Monaten entwickelt hat. Kannst du da nochmal erzählen, wie ihr da vorgegangen seid und was die Beobachtungen in dem Experiment waren? Also da war die Fragestellung, die wir uns anschauen wollten, wie denken Leute nach über den Zusammenhang zwischen vergangenen Renditen und Renditen über das Folgejahr. Und wir haben ihnen dann eben diese historischen Szenarien gezeigt und sie mussten Vorhersagen machen, was ist passiert in Fällen, wo der DAX im Vorjahr um 20 Prozent gefallen ist. Was denkst du ist über das nächste Jahr passiert? Und was wir dann da dokumentieren, ist, dass es sehr große Unterschiede über die Investoren hinweg gibt in diesen Einschätzungen. Also wir haben manche Investoren, die eben extrapolieren, die denken, dass hohe Renditen gefolgt werden von hohen Renditen und andere Investoren, was die Mehrheit der Investoren in dieser Stichprobe war, dachten, dass Perioden mit hohen Renditen im Vorjahr gefolgt werden von Perioden mit niedrigen Renditen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben der Hälfte der Teilnehmer Informationen darüber gegeben, dass in Wahrheit die Renditen über das Vorjahr keinen Aufschluss bieten über die Renditen im Folgejahr. Also die Ursprungsinformation, also wenn man jetzt die Gruppe erstmal rauslässt, die dann die korrekte Info bekommen hat darüber, dass die Vergangenheit keinen Einfluss auf die Zukunft hat, da war ja erstmal die Informationslage gleich. Also da hatten alle dasselbe Setting von wegen die vergangenen Aktienkurse und sollten die Zukunft schätzen. Das heißt, sie waren ja nicht in dem Moment unterschiedlich gut informiert. Kann man denn sagen, dass eben das unterschiedliche Handeln am Aktienmarkt jetzt nicht unbedingt darauf basiert, dass die Marktteilnehmenden unterschiedlich gut informiert sind? Das ist eine gute Frage. Also wir haben ihnen natürlich vorher keine Informationen gegeben, weil wir haben ihnen einfach dieses Szenario gezeigt und sie mussten dann eine Vorhersage machen. Allerdings muss man sich dann fragen, woher kommen diese Einschätzungen? Was ist die Rolle von Informationen, die die Leute schon vor unserem Experiment in der realen Welt gesammelt haben? Irgendwo kommen diese Einschätzungen her? Und eine mögliche Erklärung ist natürlich, dass die Leute einfach unterschiedliche Informationen haben. Dann hast du schon gesagt, eben eine Gruppe hat dann die Info erhalten, dass sich der Aktienkurs mehr oder weniger im Durchschnitt immer so um die 8,5 Prozent bewegt hat. Also das ist so der langfristige Durchschnitt des DAX. Beziehungsweise, dass man eben zu einzelnen Momenten nicht darauf schließen kann, in dem, was die Jahre zuvor passiert ist, was dann in den jahrefolgenden Monaten passieren wird. Was ist denn dann passiert? Also änderten die Teilnehmenden dann tatsächlich auch ihr Investitionsverhalten? Wir haben dieses Experiment durchgeführt im Herbst 2019. Und in den Monaten nach unserem Experiment hat sich der Aktienmarkt relativ ruhig entwickelt. Wir sagen den Teilnehmenden ja, wie sich quasi Änderungen im Aktienmarkt, was ist die Vorhersagekraft für die Zukunft? Nämlich keine. Aber in den Monaten nach unserem Experiment gab es keine großen Bewegungen im Aktienmarkt. Deshalb würden wir da auch keine Effekte unserer Intervention erwarten. Und da haben wir dann auch nichts gesehen. Allerdings Anfang 2020, also im Februar und März, gab es dann den Börsencrash, der durch den Ausbruch der Corona-Pandemie ausgelöst wurde, wo also die Aktienkurse stark nach unten gingen und die realisierte Rendite eben sehr niedrig wurde. Und was wir dann beobachten, fangen wir vielleicht mit der Kontrollgruppe an, also die Leute, die keine Informationen von uns bekommen haben, da sehen wir, dass ein Großteil der Teilnehmenden in dieser Kontrollgruppe anfängt, Aktien zu kaufen. Und das ist natürlich auch im Einklang mit den Einschätzungen, die wir gemessen haben, dass eben ein Großteil glaubt, niedrige Renditen werden gefolgt von hohen Renditen. Und genau das sehen wir in der Kontrollgruppe. Wenn wir uns dann die Treatment-Gruppe anschauen, also die Gruppe von Teilnehmenden, die Informationen bekommen haben, dass realisierte Renditen keinen Aufschluss bieten über zukünftige Renditen, dann kauft diese Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant weniger Aktien während dem Börsencrash. Und das war so vier bis fünf Monate nach unserer Intervention. Also wir sehen, dass eine kleine Intervention, wirklich diese Umfrage hat wahrscheinlich 15 Minuten gedauert, dann wirklich vier bis fünf Monate später eine Auswirkung hatte darauf, wie die Leute dann gehandelt haben während dem Crash. Das fand ich total erstaunlich, weil man ja eigentlich sagen könnte, gut, das ist so ein relativ Basis-Finanzwissen, was Leute auch haben, die sich irgendwie mit dem Aktienmarkt auseinandergesetzt haben oder sich dafür entschieden haben, dann zu investieren. Aber das Experiment zeigt ja, dass dann doch irgendwie viele das nicht wussten oder im Umkehrschluss, dass dann so eine einfache Information schon das Verhalten so sehr beeinflussen kann. Also was schließt ihr da so raus? Ist die Finanzbildung zu schlecht? Müsste die besser sein? Gerade im Kontext von Investieren an der Börse und Aktien gibt es natürlich viele Fehlinformationen. Es gibt viele Informationen, die man im Fernsehen sieht, wo Aktienkurse analysiert werden und dann auch nahegelegt wird, dass es da eine Vorhersagekraft gab, zumindest implizit. In unserem anderen Experiment haben wir ja gesehen, dass auch Finanzberater da sehr ähnliche Vorhersagen gemacht haben wie Haushalte. Das heißt, Finanzberater haben auch oft Fehlwahrnehmungen und geben die wahrscheinlich auch an ihre Kunden weiter. Dementsprechend, also ich glaube, wenn man das mit einbezieht, was da an Informationen draußen ist, dann ist es ein bisschen weniger überraschend, dass die Leute diese Fehleinschätzungen aufweisen. Die Frage, ob Finanzbildung helfen kann, das ist von der Literatur nicht abschließend geklärt. Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Das Verhalten am Aktienmarkt kann sich ja auch durch die Entwicklung von Technologie, wie jetzt eben auch künstlicher Intelligenz sehr verändern. Gibt es da schon irgendwie Evidenz oder Forschung dazu, was auch die Entwicklung von künstlicher Intelligenz für auch die Erwartungsbildung am Aktienmarkt macht? Oder was hast du vielleicht auch für Mutmaßungen, wie Technologie das in Zukunft beeinflussen könnte? Ich kenne keine Evidenz, die sich anschaut, wie sich künstliche Intelligenz auswirkt auf Erwartungsbildungen von Privatanlegern am Aktienmarkt. Was man sich überlegen kann, ist, wie sich bestimmte Technologien auswirken auf die Rolle, die Erwartungen spielen in den Entscheidungen. Also beispielsweise gibt es ja sogenannte Robo-Advisors, wo man quasi nicht mehr einen menschlichen Bankberater hat, sondern eine Maschine, was auf künstlicher Intelligenz beruht. Und man kann sich auch überlegen, okay, wird es in der Zukunft eine verstärkte Delegation geben von Finanzentscheidungen zu eben solchen Robo-Advisern, was dann möglicherweise zur Folge hat, dass die individuellen Erwartungen keine so große Rolle mehr spielen. Dann könnte man sich aber auch wieder überlegen, okay, welche Art von Robo-Advisor wähle ich? Das hängt auch wieder von meinen Einschätzungen darüber ab, wie der Aktienmarkt funktioniert. Lohnt sich aktives Investieren oder nicht und so weiter. Ja, da schließen wir quasi die Klammer zu ganz am Anfang und der Frage, ob man eben passiv oder aktiv investiert. Aber ja, das ist vielleicht auch ein Thema, das man nochmal in einer anderen Folge intensiver diskutieren kann. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Einblick in deine Forschung und unser Gespräch. Danke dir, Carolin. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters eContribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen die Mitglieder aus Politik-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Sie wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören.